Sehr geehrte liebe Frau Rode Daxer, sehr geehrter Herr Kollege Wirth, seien Sie herzlich willkommen, lieber Herr Funk, lieber Herr Kühn, seien Sie willkommen an der Internationalen Psychoanalytischen Universität. Ich muss in medias res gehen, weil nur wenig Zeit ist. Was zeichnet diese 2009 gegründete nichtstaatliche Universität von ihrem wissenschaftlichen Profil zunächst her aus? Sie verfolgt ein Paradigma innerhalb der Psychologie, das psychodynamische Perspektiven in das Fach einbindet, ihm also nicht nur vorrangig verhaltenspsychologische Zugänge eröffnet, sondern natur- und sozialwissenschaftliche Blickwinkel auf das, was wir, also jedenfalls ich als Nichtfachmann Psyche nenne, richtet beziehungsweise sie auch miteinander verbindet. Das unterscheidet uns von den heute weitläufig etablierten Konzepten der Psychologie an den meisten staatlichen Universitäten, deren Zugangsweisen sie keineswegs infrage stellt. Das tun wir natürlich nicht, aber um wesentliche, auch kulturwissenschaftliche Aspekte ergänzt. Damit platziert die IPU ihre Fragestellungen in der Forschung, ebenso wie ihre Lehrangebote zwischen psychoanalytischen und sozialanalytischen Perspektiven, wobei dieser Schnittpunkt wiederum in vielfältige klinische Zusammenhänge eingebettet ist. Letzteres geschieht ganz maßgeblich auch in unserer Hochschulambulanz. Die drei wichtigsten strukturellen Merkmale dieser Universität sind, dass sie vom Wissenschaftsrat akkreditiert ist, vom Berliner Senat staatlich anerkannt und dass sie das Kapital der Stiftung, die sie trägt, nämlich die Stiftung zur Förderung der universitären Psychoanalyse. Und umso froher bin ich, dass unsere Stifterin, Frau Rode-Lachser, heute mit uns zusammen ist. Sie ist viel mehr als nur unsere Stifterin, aber das ist sie eben ganz maßgeblich auch. Dieses Kapital wird vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft verwaltet, was man in Deutschland nicht seriöser machen kann. Gegenwärtig sind über 900 Studierende bei uns eingeschrieben, die sich für die allesamt akkreditierten BA- und MA-Studiengänge Psychologie mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie, der letzte ist auch englischsprachig, Psychoanalytische Kulturwissenschaft, interdisziplinäre Psychosentherapie und schließlich Leadership und Beratung. Im Aufbau befindet sich noch ein organisationspsychologischer Studiengang, aber da ist es noch nicht ganz so weit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eingeladen hat Sie nun heute das Erich Fromm Study Center, zu dem Herr Dr. Rainer Funk, der ja nicht nur Analytiker ist, sondern auch Nachlass- und Richteverwalter von Erich Fromm, der gleichzeitig neben Professor Lutz Kühn Co-Direktor der Einrichtung ist. Er wird gleich noch etwas Näheres dazu sagen, das überspringe ich ganz bewusst. Zu den regelmäßigen Aktivitäten des Study Centers gehört aber eben auch die Veranstaltung dieser Erich Fromm-Vorlesung. Seit 2016 findet sie statt. In ihrem Rahmen gehen renommierte internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die aktuelle Bedeutung des Werks von Erich Fromm für ihre Disziplin und für die Gesellschaft ein oder nehmen Bezug auf seine Gedanken und Schriften im Rahmen der Analyse von Gegenwartsproblemen. Zuletzt waren, um nur drei Referenten zu nennen, Roger Free von der Simon Fraser University, British Columbia, Vancouver bei uns zu Gast zuvor der Religions- und Kulturwissenschaftler Jürgen Hardeck und 2019 Hartmut Rosa. Heute nun haben wir die große Freude, Herrn Professor Dr. Hans-Jürgen Wirth bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist niedergelassener Psychotherapeut, Psychoanalytiker sowie psychoanalytischer Paar- und Familientherapeut, zugleich außerplanmäßiger Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Die Fachwelt kennt ihn durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, aber auch als Gründer des Psychosozialverlags sowie Mitherausgeber der Zeitschriften Psychosozial- und psychoanalytische Familientherapie. Der Öffentlichkeit wiederum ist Hans-Jürgen Wirth bekannt durch Zeitschriftenaufsätze, Vorträge und Interviews zu zahlreichen aktuellen Gesellschaftsphänomenen, aber auch über exponierte politische Entscheidungsträger etwa, deren Handeln beziehungsweise auftreten er, ich denke wirklich, das ist noch ein Unterschied, Handeln und auftreten, die er aus analytischer Perspektive betrachtet. Unter seinen Schriften will ich nur beispielhaft das vergleichsweise frühe Buch Narzissmus und Macht zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik nennen, das nach seinem Erscheinen 2002, ich glaube in mindestens vier Auflagen, in fünf inzwischen, in fünf Auflagen, ich habe richtig diese Korrektur suggeriert, haben Sie das gemerkt? Das war eingebaut, die in genau fünf Auflagen erschienen ist oder sein jüngstes Werk Gefühle machen Politik, hier muss man eigentlich die Schreibweise mitsprechen, das geht aber nicht, Doppelpunkt Populismus, Ressentiments und Chancen der Verletzlichkeit, erschienen gerade eben im Psychosozialverlang. Lieber Herr Wirth, das Publikum sitzt nicht hier, um mir zuzuhören, sondern Ihnen, es ist uns eine Ehre, dass Sie die Einladung der IPU und des Study Centers angenommen haben und wir freuen uns einfach sehr auf Ihren Vortrag. Doch zunächst gebe ich noch kurz das Wort an den Co-Direktor, Herrn Dr. Funk. Haben Sie vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend mit uns gemeinsam. Ja, einen guten Abend. Erlauben Sie mir noch nach dieser Begrüßungsworte von Seiten, noch einige Begrüßungsworte von Seiten des Erich-From-Study-Centers, das Professor Thomas Gühn und ich gemeinsam leiten und dass diese From-Vorlesung einmal im Jahr veranstaltet. Es ist zum einen der Offenheit der Internationalen Psychoanalytischen Universität für unterschiedliche psychologische Ansätze, aber auch psychoanalytische Weiterentwicklungen zu verdanken, zum anderen aber der finanziellen Förderung durch die Karl-Schlecht Gemeinnützige Stiftung, dass es hier seit nunmehr sechs Jahren dieses Erich-From-Study-Center gibt. Dessen Aktivitäten in Lehre und Forschung haben zumeist den Zusammenhang, traditionell gesprochen, von Gesellschaft und Psyche zum Thema. Wie wirken sich wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle und aber auch technische Transformationen auf den Einzelnen und die Gesellschaft sowie auf das Selbsterleben und auf das Sozialverhalten aus. Genau dies war nämlich die wissenschaftliche Frage, die der Soziologe und Psychoanalytiker Erich Fromm zeitlebens verfolgte. Seine Idee war es, von einer eigenen psychischen Strukturbildung, dem Gesellschafts- oder Sozialkarakter auszugehen, mit dem jeder Mensch sein psychisch überlebensnotwendiges Bedürfnis nach sozialer Identität zu befriedigen sucht. Das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen wird deshalb nicht nur von verinnerlichten, intersubjektiven Erfahrungen bestimmt, sondern ganz wesentlich auch durch die Internalisierung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und technischen Möglichkeiten und Erfordernisse, in denen jemand heranwächst und aktuell lebt. Wie gesagt, eine eigene psychische Strukturbildung hat Fromm hier angenommen. Der Sozialkarakter lässt nicht nur den Einzelnen so denken, fühlen und handeln, wie es eine bestimmte Gesellschaft zu ihrem eigenen Funktionieren braucht, sondern bestimmt auch das, was man, etwas verkürzt, die Mentalität einer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppierung nennen könnte. Andere Psychoanalytiker versuchten, der politischen und gesellschaftlichen Dimension des Menschen auf andere Weise gerecht zu werden. Den vielleicht interessantesten Versuch hat Horst-Eberhard Richter vor etwa 50 Jahren gemacht, von dem der Referent dieses Abends besonders geprägt ist. Richters Idee war es, dass wir auch unsere Mitmenschen dazu benutzen können, um unsere unbewussten Konflikte abzuwehren. Es gibt deshalb so etwas wie psychosoziale Abwehrmechanismen, bei denen zum Beispiel Eltern ihre Kinder für unbewusste Wünsche oder Ängste funktionalisieren, sodass es zu Delegationsdynamiken kommt. Nun, der Schritt vom Patient Familie und deren Projektionen und Abwehrmechanismen zu gesellschaftlichen Größen und politischen Dynamiken legt sich nahe. Und genau davon wird heute Abend die Rede sein, wenn es darum geht, wie Gefühle Politik machen. Um die Anwendung der Psychoanalyse auf politische, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene ist es inzwischen ruhiger geworden, sieht man von den Forschungen Vera Kings und Benigna Gerichs und Hartmut Rosas einmal ab. Umso mehr lässt das Werk von Hans-Jürgen Wirt aufhorchen, der sein Leben, so könnte man sagen, ganz der sozial-psychologischen Dimension der Psychoanalyse verschrieben hat. Und ist nicht nur dadurch, dass er diese lehrt und darüber schreibt, sondern auch einen Psychosozialverlag gegründet hat, um diesen Denkansatz der Psychologie und Psychoanalyse eine Beheimatung zu geben. Schmuckstück dieses Verlags ist meiner Wahrnehmung nach noch immer die Zeitschrift Psychosozial, die nunmehr im 45. Jahrgang insgesamt 170 Hefte oder Bücher zu gesellschaftlich relevanten Themen veröffentlicht hat. Und natürlich bin ich als Verwalter der Reste von Erich Fromm dafür dankbar, dass insgesamt 13 Buchtitel von Erich Fromm nun im Psychosozialverlag zum Kauf angeboten wird. Genug der Worte. Ich möchte Hans-Jürgen Wirt ganz herzlich im Namen des Erich Fromm-Study-Senders zu seiner Erich Fromm-Vorlesung über Gefühle machen Politik begrüßen. Lieber Herr Olberts, lieber Herr Funk, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Liebe Frau Rode-Daxer, lieber Herr Kühn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine große Ehre an der IPU und in der Tradition von Erich Fromm zu Ihnen sprechen zu dürfen. Tatsächlich bin ich Fromms Werk schon ganz am Beginn meines Psychologiestudiums begegnet. Im Streiksemester 1970 lasen wir in einer selbstorganisierten Studiengruppe ein kleines blaues Bändchen aus der Edition Surkamp. Erich Fromm, analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie. Dass dieses Büchlein 50 Jahre später in einem von mir gegründeten Verlag neu herauskommen würde, hätte ich mir damals wohl kaum träumen lassen. Was unsere damalige Diskussion anbelangt, erinnere ich nur noch, dass es um schwierige wissenschaftstheoretische Fragen ging und dass Fromms Argumentation sehr kritisch gesehen wurde. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, wenig später Fromms Buch die Furcht vor der Freiheit regelrecht zu verschlingen. Der von ihm entwickelte Begriff des Sozialkarakters und seiner historischen Wandlungen schufen eine Verbindung zwischen Soziologie, Sozialpsychologie und Psychoanalyse, die für meine eigenen wissenschaftlichen Interessen bis heute prägend geblieben ist. Das gilt auch für das Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen werde, den Gefühlen und ihrer Bedeutung in der Politik. Ich beginne mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zur Bedeutung der Gefühle. Dabei beziehe ich mich auf mein Buch, das jetzt schon zitiert wurde, Gefühle machen Politik. Die Differenziertheit und Komplexität der inneren Gefühlswelt ist ein charakteristisches Grundmerkmal der menschlichen Spezies. Gefühle sind neben den kognitiven Fähigkeiten der Ersatz für die Instinkte beziehungsweise deren Ergänzung. Sie ermöglichen die Orientierung in der sozialen und kulturellen Umwelt, die sich der Mensch immer wieder selbst neu erschaffen muss. Der Mensch teilt seine Gefühle anderen mit, vor allem durch die Mimik, aber auch durch Gestik, Körperhaltung, Tönung und Lautstärke der Stimme, sowie durch viele weitere nonverbale Signale und schließlich auch über die Sprache. Im Laufe der Evolution hat der Mensch ein spezielles Sensorium, ein sehr feines Gespür für die Emotionen anderer Menschen entwickelt, und zwar indem er seine eigenen Gefühlsreaktionen registriert. Dies geschieht zum allergrößten Teil unbewusst. Die Psychoanalyse hat dafür den Begriff der Gegenübertragung geprägt, aber dieses Phänomen spielt nicht nur in therapeutischen Zusammenhängen eine Rolle, sondern ist ein zentraler Steuerungsmechanismus in unser aller Leben. Wir registrieren nicht nur unsere eigenen Gefühle, sondern versuchen fortlaufend uns eine Vorstellung davon zu machen, was der andere denkt, fühlt, weiß und wünscht und was er dementsprechend als nächstes tun wird. Unsere Gefühle haben dabei drei Funktionen. Erstens teilen wir dem anderen mithilfe unserer Gefühle mit, was uns innerlich bewegt. Das ist die Ausdrucks- bzw. Mitteilungsfunktion der Gefühle. Zweitens können wir mit ihrer Hilfe erfassen, was den anderen innerlich beschäftigt und auch was in unserem eigenen Körper vor sich geht. Das ist die Wahrnehmungs- und Erkenntnisfunktion der Gefühle. Die dritte wesentliche Aufgabe von Gefühlen besteht in der Bewertung der wahrgenommenen Situation. Mit einem einzigen Blick in das Gesicht einer anderen Person wissen wir oder haben zumindest eine Ahnung davon, ob sie uns sympathisch ist, ob wir ihr vertrauen können oder ob wir sie sexuell anziehend finden. Die bemerkenswerten Vorteile des Emotionssystems gegenüber dem kognitiven System besteht in der Schnelligkeit, mit der höchst komplexe Situation erfasst und bewertet werden. Bevor wir in einer gegebenen Situation alle Aspekte bewusst wahrnehmen und kognitiv verarbeiten könnten, haben wir sie gefühlsmäßig in Sekundenbruchteilen erfasst. Zudem sind Gefühle oft sehr treffsicher. Entscheidend für die Wirkmächtigkeit des emotionalen Lebenssystems ist aber seine Kopplung mit kognitiven Funktionen. Folgt man dem Neurowissenschaftler Antonio Damasio, dann entfalten ihre Gefühle ihre, Zitat, vollständige und andauernde Wirkung erst, wenn sie bewusst gemacht, wenn wir nicht nur Gefühle haben, sondern auch wissen, dass wir sie haben und was sie ausdrücken und bedeuten. Diese Aspekte werden von von Nagys Mentalisierungstheorie genauer konzeptualisiert. Gefühle haben zudem eine selbstreflexive Funktion, was bei der Scham und dem Schuldgefühl besonders deutlich wird. Emotionen sind neurobiologisch im Individuum verankert, aber wie die einzelnen Emotionen inhaltlich ausgerichtet sind, auf welche kommunikativen und kulturellen Signale wir wie reagieren, ist wesentlich durch die biografisch erworbenen kulturellen Werte bestimmt. Für was wir uns schämen, für was wir uns ekeln und was in uns Schuldgefühle auslöst, ist wesentlich gesellschaftlich bestimmt. Insofern sind unsere Emotionen untrennbar mit der Idee von Gut und Böse verbunden. Demnach basiert das moralische Bewusstsein, über das nur der Mensch verfügt, nicht ausschließlich auf dem Verstand, sondern auch fundamental auf Gefühlen. Eine Moral, die ausschließlich auf abstrakten Prinzipien beruht und sich jeglicher emotionalen Grundierung zu enthalten sucht, schlägt häufig in Inhumanität um. Gefühle sind unser ständiger Begleiter. Mehr oder weniger alle Objekte, sozialen Situationen und Atmosphären in unserer Umgebung lösen mehr oder weniger starke Emotionen und Stimmungen aus. Wir können gar nicht anders als emotional zu reagieren. Da wir unserer Körperlichkeit nicht entfliehen können und deren Signale unsere emotionale Gestimmtheit unablässig beeinflusst, sind wir unseren Emotionen mehr oder weniger passiv ausgeliefert. Gefühlen kommt ein Widerfahrnischarakter zu. Wir müssen sie in der Regel erst erfahren und wahrgenommen haben, um sie dann verarbeiten und beeinflussen zu können. Und wenn Sigmund Freud formulierte, das Ich ist vor allem ein körperliches, so könnte man auch sagen, das Ich ist vor allem ein emotionales. Mit dem, was ich Widerfahrnischarakter der Gefühle genannt habe, ist das gleiche Phänomen gemeint, das Hartmut Rosa als Unverfügbarkeit bezeichnet. Unsere Gefühle sind unserem bewussten Willen immer nur partiell verfügbar. In der philosophischen Diskussion über die Bedeutung von Gefühlen wurde seit Aristoteles immer wieder die Position vertreten, dass averse Gefühle wie beispielsweise Angst, Neid, Eifersucht, Hochmut, Geiz und Gier schädlich und ethisch verwerflich sein. Die christliche Tugendlehre hat einige von ihnen gar zu Todsünden erklärt. Die Psychoanalyse hat, insbesondere in ihrer therapeutischen Praxis, die Bedeutung auch der negativen Gefühle erkannt und von der moralischen Verurteilung befreit. Negative, unangenehme bzw. averse Gefühle wie Angst, Ekel, Scham, Schuld, Neid, Gier und Eifersucht sind nicht per se schlecht oder böse, genauso wenig wie positive Gefühle an sich immer gut sind. Positive Gefühle haben ebenso wie die Empathie ihre dunkle Seite, um Fritz Breithaupt zu zitieren. Insofern ein zu viel an liebevoller Nähe auch Instrumentalisierung oder Verschmelzung bedeuten kann. Averse Gefühle sind wichtig, da sie der Abgrenzung gegen Übergriffigkeit, Vereinnahmung, Dominanz und Instrumentalisierung dienen. Es gilt also auch die negativen Gefühle bei uns selbst und bei anderen wahrzunehmen, ernst zu nehmen, sie aber auch zu mentalisieren, zu regulieren und zu reflektieren und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Da Gefühle dazu dienen, Beziehung und Nähe zu anderen Menschen zu regulieren, ist es nicht verwunderlich, dass Gefühle gleichsam ansteckend sind. Auch können Gefühlserbschaften transgenerational weitergegeben werden oder auch zur Gründung politischer Parteien und Bewegungen führen. Auch beim Populismus spielt die enorme affektive Erregung, mit der populistische Akteure ihre Anliegen vortragen, eine zentrale Rolle. Der affektive Furor aus Verbitterung, Ressentiments, Wut, Hass, Neid, Ekel, Scham und Beschämung, Verfolgungsgefühlen, moralischer Empörung, Rachegelüsten und Einfühlungsverweigerung ist das eigentliche motivationale Ferment, das die populistischen Bewegungen antreibt. Im folgenden Abschnitt werde ich beispielhaft einige wenige Emotionen genauer betrachten, die im Populismus eine zentrale Rolle spielen. Ich beginne mit dem Hass. Metaphorische Redeweisen wie Blutsehen, mit Licken töten und Gift und Galle speien, machen in ihrer Drastik deutlich, dass es sich beim Hass um ein radikales, extrem intensives und destruktives Gefühl handelt. Es tritt vornehmlich in Ausnahmesituationen auf, dürfte aber allen Menschen, auch aus eigenem Erleben, vertraut sein. Allerdings gilt auch bei diesem intensiven und zugleich destruktiven Gefühl, dass es auch eine positive Funktion haben kann. Hass kann eine angemessene affektive Reaktion auf bestimmte Ereignisse sein. So kann beim Liebespaar nach der Erfahrung von Betrug und Verrat die Liebe unmittelbar in Hass umschlagen. Der Hass ist Ausdruck der Enttäuschung und Kränkung, die man erfahren hat und dient unter anderem der Abgrenzung vom früher geliebten Objekt. Das deutsche Wort Hass leitet sich aus dem Adjektiv hässlich ab. In der Romantik erfährt der ästhetische Begriff des Hässlichen eine Aufwertung. Hässlichkeit kann als Kritik am schönen Schein, der als allzu glatt und oberflächlich erlebt wird, verstanden werden. Das Hässliche kann authentischer und echter wirken als das gekünstelte Schöne. So hat der Punk eine Antiästhetik entwickelt, die Hässlichkeit als ausdrucksstarkes Stilmittel benutzt. Aber auch rechtsextremistische Gruppierungen setzen sich mit Ausdrucksformen in Szene, die Brutalität, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit und Gewalt symbolisieren und den herrschenden Normalitäts- gar Schönheitsvorstellungen Hohn sprechen. Wir werden später ein Beispiel dafür sehen. Wenn Hass für längere Zeit besteht, ergreift der Besitz vom Denken und Fühlen und schließlich von der Person in ihrer Gesamtheit. Der Hass fällt auf den Hassenden zurück und entfaltet eine selbstdestruktive Dynamik. Hass ist getrieben von dem Durst nach Rache und zielt auf die Demütigung, Misshandlung, letztlich die Vernichtung des Gegners. Ja, tiefster Hass kann den Feind selbst noch über den Tod hinaus verfolgen, schreibt Thomas Fuchs. So kann der Hass zum strategischen Objekt werden, das mit Beharrlichkeit und rationaler Planung über lange Zeit verfolgt wird. In der Verbindung von unbedingtem Vernichtungswillen und kühl disziplinierter Planung manifestiert sich eine Haltung, die als Inbegriff des Bösen erscheint. Auch Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ist von Hass und Vernichtungswillen geprägt. Dies signalisierte Putin bereits kurz bevor er den Überfall auf die Ukraine befahl, bei einer Pressekonferenz mit Emmanuel Macron. Ein russisches Lied Zitierend sagte er, ob es dir gefällt oder nicht, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Diese Vergewaltigungsdrohung galt der Ukraine. Dass Putin seine militärische Gewaltdrohung zusätzlich mit einer sexuellen Vergewaltigungsfantasie auflud, verrät sein hochemotionales Involviertsein. Damit wurde seinen machtpolitischen Anspruch affektiv unterfüttert und mit einem sadistischen Impuls emotional aufgeheizt. Der Vorfall zeigt symptomatisch, wie stark eine vulgäre und von Gewalt faszinierte Sprache das Denken der russischen Elite bis hin zu Putin vergiftet hat. Als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, oh, das war ja noch vor Beginn des Krieges. Jetzt wird es ernst. Mit seiner Bemerkung stachelte Putin seine Soldaten geradezu auf, ihre absolute Verfügungsgewalt in den besetzten Gebieten hemmungslos auszuleben. Die sexuelle Gewalt, der Terror gegen die Zivilbevölkerung und die Folterkeller, die der Weltöffentlichkeit inzwischen bekannt wurden, zeigen, dass die Gewaltexzesse kriegsstrategisch eingesetzt werden, um die Feinde zu demütigen und ihren Selbstwert und ihre Identität zu zerstören. Der tiefere historische Hintergrund für die Misere Russlands ist die nicht aufgearbeitete Gewaltgeschichte, die im Stalinismus ihren Höhepunkt fand und die jetzt im Putinismus ihre Fortsetzung findet. Ich komme zum Neid. Im biblischen Buch Genesis werden zwei Geschichten erzählt, in denen der Neid bedeutungsvoll ist. Die Schlange, die Eva verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen, ist neidisch auf die Allwissenheit Gottes. Neid hat demnach eine starke narzisstische Komponente. Wer neidisch ist, hat das Gefühl, zu kurz zu kommen und etwas nicht zu erhalten, was ihm eigentlich zustünde und ist deshalb narzisstisch gekränkt. Die zweite biblische Geschichte, die direkt auf den Sündenfall folgt, ist die von Kain und Abel. Kain, der Ackerbauer, ist neidisch bzw. eifersüchtig auf seinen jüngeren Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Opfergabe vorzieht. Aus Neid und aus narzisstischer Gekränktheit erschlägt Kain seinen Bruder Abel. Der Neid spielt also gleich an zwei zentralen Stellen der alttestamentarischen Menschheitsgeschichte, eine unheilvolle, aber entscheidende Rolle. Wie Melanie Klein in ihrem klassischen Text Neid und Dankbarkeit ausführt, bezieht sich das Gefühl des Neides darauf, Zitat, dass eine andere Person etwas besitzt und genießt, was in den Augen des Neiders ersehnt wird. Der neidische Impuls ist es, diesen Besitz wegzunehmen, an sich zu bringen oder zu verderben. Zitat Ende. Bedeutsam sind die Elemente der Missgunst und der Feindseligkeit. Ich und selbst psychologische Konzepte sehen im Neid auch einen einflussreichen Entwicklungsmotivator. Neid kann zu Leistungsanstrengungen motivieren. Auch stachelt Neid dazu auf, Ungerechtigkeiten anzubrangern. Rolf Haubel hat darauf hingewiesen, dass die besondere Leistung des Neidgefühls darin besteht, den Gerechtigkeitssinn zu schärfen und der Neid damit zu einem wichtigen Schrittmacher eines moralischen Bewusstseins wird. Neid ist nicht nur ein individuelles Gefühl, sondern kann auch kollektiv empfunden werden. Eine Gruppe, eine Partei oder eine soziale Bewegung kann das gemeinsame Gefühl entwickeln, dass die Angehörigen der Gruppe nicht das bekommen, was ihnen von Rechts wegen zustünde. Die rechtspopulistischen Bewegungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie neidgesteuert sind. Ihr Motto könnte lauten, die Flüchtlinge bekommen die materielle und immaterielle Unterstützung und Anerkennung, die eigentlich uns zusteht und die uns verweigert wird. Donald Trump erhob den Neid gar zum politischen Leitmotiv, als er propagierte, Amerika werde über den Tisch gezogen, werde unfair behandelt und so weiter. Von Trumps neidgetriebener Rhetorik fühlte sich seine Anhängerschaft mit ihrer eigenen Neidproblematik verstanden. Zugleich wurde die gefühlte Ungerechtigkeit auf individueller Ebene kompensiert mit dem Gefühl eines Souveränitätsgewinns auf der kollektiven Ebene der großen Politik und der idealisierten Nation. Trump versprach, sich in der ganzen Welt gegen die ungerechte und unfaire Behandlung aller Amerikanerinnen und Amerikaner zur Wehr zu setzen. Lassen Sie mich beispielhaft noch einen weiteren Affekt anschauen, den ich besonders interessant finde, weil er in der Psychoanalysen noch kaum Beachtung gefunden hat, obwohl er in der Emotionsforschung als Basisemotion eingeordnet wird. Ich spreche vom Ekel. Ekel hat eine starke körperliche Fundierung. Aber schon die Gebrüder Krim sprechen auch vom Ekel als einem geistigen Widerwillen, der sich dazu eigne, feine Unterscheidungen zu treffen. Mit ihrer Rede von den feinen Unterscheidungen nehmen die Brüder Krim eine Formulierung vorweg, die Pierre Bourdieu in seiner Theorie der feinen Unterschiede auf den Begriff bringen wird. Die herrschende Klasse rümpft die Nase angesichts der Ausdünstungen des Pöbels. So sieht das jedenfalls Georges Cross in seiner Zeichnung, die ich vorgestern im kleinen Cross-Museum hier in Berlin gesehen habe. Im gewaltigen Chor der Gefühle nimmt der Ekel die Stimme der Aversion, der Abneigung, des sich Abwendens, des von sich Stoßens und der Kontaktverweigerung ein. Im direkten Kontakt mit unseren Mitmenschen übernimmt das Ekelgefühl die Funktion, uns vor unliebsamer, schädlicher und übergriffiger Nähe des Anderen zu schützen. Beim Ekel geht es um die Zurückweisung und Ausstoßung des schlechten Objekts, das dabei ist, die intime Grenze des Selbst zu verletzen. Klinisch treten massive Ekelgefühle in der Folge von Erfahrungen von sexueller Gewalt auf. Wenn in der therapeutischen Situation von Ekelgefühlen berichtet wird, ist das nach meiner Erfahrung meist ein Hinweis auf Grenzverletzungen. Wie alle Gefühle kommt auch der Ekel in passiver als auch in aktiver Form vor. Wir werden von etwas oder jemandem angeekelt, aber wir können auch jemanden anekeln. Das eine ist ein Gefühl, das andere ist eine Handlung, deren Ziel es ist, ein heftiges Gefühl beim Anderen hervorzurufen. Die Philosophin Martha Nussbaum sieht in der Verekelung sozialer Gruppen eine äußerst destruktive politische Strategie, Gruppen von Menschen zu entwerten und als ekelerregend darzustellen. Man schreibt ihnen Eigenschaften zu, die Ekel und Abscheu erregen, beispielsweise Schleimigkeit, Klebrigkeit, schlechter Geruch oder Schmutzigkeit. Es handelt sich um ein klassisches antisemitisches und rassistisches Motiv, das tief verwurzelte Ressentiments anspricht und dramatisiert. Auch Rechtspopulisten, namentlich die AfD, arbeiten systematisch mit der Erzeugung von Ekelgefühlen gegenüber ihren Gegnern. So benutzte AfD-Vize-Jörg Meuthen den Begriff Grün alternativ versifftes Milieu, um die Anhängerschaft der Grünen als ekelerregenden Abschaum zu diffamieren. Trump bezeichnete seine Kritiker innerhalb seiner eigenen Partei als menschlichen Abschaum. AfD-Chef Alexander Gauland benutzte ebenfalls einen Begriff, der Ekel erzeugen sollte, als er die Zeit des Nationalsozialismus als einen Vogelschiss bezeichnete. Es ist die anal konnotierte Hinterhältigkeit, die seiner Formulierung den Geruch des Ekelhaften verleiht. Gauland distanziert sich nur scheinbar von Hitler und den Nazis. Denn zum einen stellt der Begriff Vogelschiss als moralische Verurteilung der nationalsozialistischen Verbrechen eine groteske Verharmlosung dar. Zum anderen ist es der vordergründig flapsige, tatsächlich aber infame Charakter dieser Formulierung, die ihre Bösartigkeit ausmacht. Indem Gauland indirekt eine nationalsozialistische Hassparole zitiert, erinnert er an sie, rehabilitiert er sie und macht sie wieder salonfähig. Ich komme nun zu einem Phänomen, bei dem heftige Gefühle eine zentrale Rolle spielen, das aber selbst kein Gefühl ist, dem Ressentiment. Der Philosoph Max Scheler knüpft an Friedrich Nietzsche an und beschreibt das Ressentiment als eine Vergiftung des sozialen Klimas, die mit einer seelischen Selbstvergiftung einhergeht. Mit der Metapher der Vergiftung soll ausgedrückt werden, dass es sich um einen Prozess handelt, der schleichend verläuft, einige Zeit unbemerkt bleiben kann, aber schließlich in alle Poren des seelischen und auch des sozialen Lebens eindrängt. Beim Ressentiment verstecken sich die aggressiven Qualitäten hinter demonstrativer Biederkeit, Angepasstheit an Konventionen, Traditionen und reaktionären Haltungen, die sich als Konservatismus, Traditionspflege und Heimatliebe maskieren. Das Ressentiment hat daher einen heimtückischen, schleichend zersetzenden, bösartigen und hinterhältigen Charakter. Personen und Gruppierungen, die Ressentiments pflegen und in die Welt setzen, bedienen sich regelmäßig der Lüge, des Verrats, des unfairen Tricks und der Heimtücke. Und während sie all diese Verhaltensweisen selbst praktizieren, klagen sie die anderen gerade dieses unmoralischen Verhaltens an. Diese Täter-Opfer-Umkehr liegt sowohl bei Trump, bei der AfD und auch bei Putin offen zu Tage. Solche Akteure inszenieren sich als Opfer der Niederträchtigkeit, die ihr eigenes Handeln charakterisiert und versuchen sich selbst in eine Position moralischer Überlegenheit zu bringen. Das Ressentiment ist ein komplexes Gebilde, das immer mehrere sehr heftige negative Gefühle umfasst und durch ein Feindbild kognitiv zusammengehalten und gerechtfertigt wird. Das Ressentiment ist also kein reines Gefühl wie Ekel, Hass oder Verachtung, sondern ein kognitives Konstrukt, eine Einstellung, eine Haltung, die allerdings durch starke Affekte gekennzeichnet und mit starken negativen Wertungen verbunden ist. Die feindselige Entwertung des anderen ist das eigentliche Ziel des Ressentiments. Ressentiments wissen sozusagen schon vorher, was die dazugehörigen Gefühle zu bedeuten haben, woran sie sich erzünden und wie das soziale Ereignis, auf diese sich beziehen, zu bewerten, genauer gesagt zu entwerten ist. Die Gefühle sind im Ressentiment instrumentalisiert, um die bereits vorgefasste feindselige Einstellung und negative Wertung zu untermauern und zu rechtfertigen. Ein Mensch, dessen Fühlen und Denken vom Ressentiment geprägt ist, ist nicht mehr offen für neue Erfahrungen im sozialen Kontakt und er verliert zudem den Kontakt zu seiner eigenen seelischen Innenwelt. Er ist weder aufrichtig, noch naiv, noch mit sich selbst ehrlich. Seine Seele schielt, wie Friedrich Nietzsche treffend formuliert. Der biografische und kulturelle Hintergrund, auf dem sich Ressentiments herausbilden, ist in aller Regel durch Erfahrungen von gefühlter und realer Ungerechtigkeit, Demütigung und narzisstischer Kränkung geprägt. Wie Andreas Reckwitz ausführt, sind es nicht nur ökonomisch benachteiligte Gruppen, die sich rechtspopulistisch radikalisieren, sondern auch diejenigen, die einen sozialen und kulturellen Statusverlust erlitten haben. Ehemals privilegierte Gruppen aus der alten Mittelschicht erleiden im Rahmen der Globalisierung und der digitalen Revolution eine ökonomische, aber eben auch soziale und kulturelle Deklassierung, die sie als Kulturschock und Geltungsverlust erleben. Solche narzisstischen Kränkungen sind ursächlich an der Herausbildung von Ressentiments beteiligt. Kränkungserfahrungen liegen aber auch bei Gruppierungen vor, die sich als gesellschaftliche Avantgarde verstehen, ihre alternative Orientierung jedoch nicht umsetzen können, weil sie unter anderem an inneren Widersprüchen scheitern. Die Entwertung und narzisstische Kränkung, die sie erfahren, schlägt um in Ressentiments gegen jedwede externe Autorität. Dieses Muster liegt bei vielen Anhängern der Querdenkenbewegung zugrunde, denen ich mich im Folgenden zuwenden werde. Eine im Dezember 2020 publizierte Studie des Soziologen Oliver Nachtwey und seines Teams mit dem Titel Politische Soziologie der Corona-Proteste zeigt, dass es sich bei der Querdenkenbewegung, Zitat, nicht um eine genuin autoritäre Bewegung handelt, wie es bei Pegida der Fall war, sondern dass sich ihre Anhängerschaft auch aus dem ehemals linken und alternativen Milieu rekrutiert. Zitat Ende. Wir haben wahrscheinlich alle erlebt, dass in der Corona-Krise vertraute Menschen plötzlich sich entpuppt haben oder sich gewandelt haben zu Corona-Leugnern, Impfskeptikern oder gar Verschwörungstheoretikern. Viele dieser Personen stammen aus progressiven Milieus, die in der Tradition der Emanzipations- und Protestbewegungen der 60er bis 80er Jahre stehen, für die ein Streben nach Autonomie und Selbstverwirklichung gegenüber gesellschaftlicher Bevormundung, Einschränkung und Entfremdung maßgeblich ist bzw. war. Kennzeichnend für die Querdenkenbewegung ist eine starke Entfremdung von den Institutionen des politischen Systems, denen sie mit großem Misstrauen begegnen. Umgekehrt sehen sich die Akteure in ihrer Abweichung vom Mainstream verkannt und geächtet. Gleichzeitig werten sie sich und ihre Expertise im Vergleich zum Mainstream auf. Themen wie Spiritualität, Anthroposophie, Naturheilkunde und Esoterik stehen bei ihnen hoch im Kurs. Nahezu 90% stimmen der Aussage zu, unsere Selbstheilungskräfte sind stark genug, um das Virus zu bekämpfen. Damit betonen sie ihre Autonomie und Selbstermächtigung, selbst gegenüber dem Virus. Selbstermächtigung schlägt um in Selbstüberschätzung. Insgesamt formuliert diese Bewegung eine Form der alternativen und grünen Gesellschaftskritik, die bereits in den 70er Jahren entstanden ist. In der Querdenkenbewegung hat diese alternative Orientierung jedoch eine esoterische, wissenschaftsfeindliche und rationalitätsfeindliche Prägung bekommen und zeichnet sich durch einen übersteigerten Anspruch auf Autonomie aus. Ich möchte dazu folgende sozialpsychologische These formulieren. Die esoterische, spirituelle, anthroposophische und linksalternative Corona-Leugnung repräsentiert den abgestwaltenen, irrationalen Anteil der links-grün-alternativen Bewegung. Als die Fundis noch eine Fraktion innerhalb der Grünen bildeten, war dieses irrationale, teils esoterische, teils verschwörungsmythische Denken noch in der grünen Partei gebunden. Es wurde dort mehr oder weniger gut integriert, es ursachte allerdings enorme Spannungen und kuriose Auseinandersetzungen. Seitdem sich die Realos durchgesetzt haben, haben die esoterischen, verfolgungsmythischen und fundamentalistischen Alternativen keine politische Heimat mehr. Diese Gruppen finden in den Anti-Corona-Protesten eine Möglichkeit, sich wieder zu sammeln und auf der politischen Bühne öffentliche Resonanz zu erzeugen. Ich will versuchen, diese Überlegungen noch in einen etwas allgemeineren, psychohistorischen Zusammenhang zu stellen. Im Laufe der 1960er bis 70er Jahre gerieten in allen westlichen Industriegesellschaften die autoritäre Gefühlspanzerung der älteren Generation in Konflikt mit dem expressiven, hedonistischen und experimentierfreudigen Lebensstil der jungen Generation. In dem Maße, in dem der stetige Konsum von Waren und Dienstleistungen ins Zentrum des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens rückte, verlor die alte patriarchalische und autoritäre Charakterformation, die auf den Tugenden Ordnungssparsamkeit und autoritäre Orientierung setzte, ihre gesellschaftliche und sozialpsychologische Funktionalität. In der Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft waren zunehmend andere Charaktereigenschaften wie Flexibilität, Konsumfreudigkeit, Hedonismus und permanente Lern- und Innovationsbereitschaft gefragt. Der autoritäre Charakter, wie ihn Erich Fromm als erster beschrieben hatte und wie er daran anschließend von Adorno weiter ausgeführt wurde, wurde zunehmend durch einen Gesellschaftscharakter ersetzt, den Fromm mit dem Begriff der Marketingorientierung charakterisierte. Dieser gesellschaftliche Wandel bildete den sozialpsychologischen Hintergrund für die weltweite Jugend- und Emanzipationsbewegungen der 60er bis 80er Jahre. Nach und nach sickerten die postmaterialistischen Wertorientierungen der Protestbewegungen in die Kultur der Spätmoderne und ihrer neuen Mittelklasse ein und entwickelten eine Kultur, die Ulrich Beck mit dem Begriff der Individualisierung und Reckwitz mit dem Begriff der Singularität charakterisiert haben. Das von dieser Kultur geprägte Subjekt, Zitat Reckwitz, setzt sich hier als befähigt und berechtigt zur Selbstverwirklichung voraus. Es nimmt für sich gewissermaßen ein moralisches Recht in Anspruch, sich so zu entfalten, wie es ihm in seiner Besonderheit entspricht. Mit diesem Berechtigungsbewusstsein ist ein entsprechend hohes Selbstwertgefühl verbunden, Zitat Ende. Für das spätmoderne Subjekt hat die freie Entfaltung seines Selbst oberste Priorität. Sie ist sozusagen ein natürliches Recht. Die Selbstverwirklichungsrevolution, Begriff von Reckwitz, und die sexuelle Revolution, die von den Jugendstudenten und Emanzipationsbewegungen in den 60er bis 80er Jahren ausgelöst wurde, hat zu einer tiefgreifenden kulturellen und sozialpsychologischen Transformation auch in den Strukturen des Sozialkarakters geführt. Das emanzipatorische und aufgeklärte Menschenbild, das hier formuliert wurde, wird jedoch von vielen Gruppierungen nicht geteilt bzw. vehement abgelehnt. Dazu gehören konservative und traditionell orientierte Milieus in den westlichen Gesellschaften, aber auch Gesellschaften, die in traditionellen und religiös geprägten Traditionen stehen und autoritär strukturiert sind. Die Querdenkenbewegung ist auch ein Produkt dieser Selbsterfahrungs- und Selbstverwirklichungsbewegung. Jedoch hat sie die einst emanzipatorischen Orientierungen zur Karikatur überzeichnet. An die Stelle sozialverantwortlicher Freiheit ist die egozentrische Freiheit des Einzelnen getreten. Alternative Ideen werden zu alternativen Fakten. Und auf theoretischer Ebene mündet der Umschlag des Konstruktivismus zum radikalen Konstruktivismus in eine Verleugnung des Realitätsprinzips. Das Scheitern an sich selbst gesetzten, aber übersteigerten Zielen wird als Demütigung und narzisstische Kränkung empfunden, die im Ressentiments abgewährt wird. Um die Gefühlslage und die Stimmung und die Weltsicht der Querdenkenbewegung noch etwas besser zu verstehen, betrachte ich im Folgenden eine Auswahl von Fotos, die bei verschiedenen Corona-Protesten gemacht wurden und werde dazu aus den Teilnehmenden Beobachtungen von Nachtweih zitieren und meine eigenen Überlegungen dazu vorstellen. Das erste Foto zeigt eine Anti-Corona-Veranstaltung am 1. August 2020 in Berlin. Wir sehen musizierende, tanzende und singende Demonstranten, die sich offenbar in einer ausgelassenen, fast möchte man sagen, ekstatischen Stimmung befinden. Die Szene löst Assoziationen an ein Volksfest, an ein alternatives Hippie-Festival oder auch an den mittelalterlichen Karneval aus. Wie der sowjetische Literaturwissenschaftler Michael Bachtin in seiner Studie über die mittelalterliche Lachkultur herausgearbeitet hat, hatte der mittelalterliche Karneval eine doppelte Funktion. Zum einen sollten die bösen Geister der Natur, insbesondere der Winter, vertrieben werden. Zum anderen aber ging es darum, der Lach- und Lustfeindlichkeit des Christentums und der weltlichen Herrschaft eine zeitlich befristete Freiheit abzutrotzen. Mit ihrer Form der modernen Geisterbeschwörung können die QuerdenkerInnen zwar nicht das Virus selbst vertreiben, wohl aber ihre untergründige Angst vor der Pandemie besänftigen, vor allem aber ihre Angst umlenken und verschieben auf die Angst vor den bösen und unheimlichen Mächten in Politik, Medien und Wissenschaft, von denen sie sich bevormundet, manipuliert und unterdrückt fühlen. Mit ihrem Protestzug inszenieren sie einen Tanz auf dem Vulkan, ein groteskes Gelächter, das die Herrschenden verunsichern und der Lächerlichkeit preisgeben soll. Zugleich demonstrieren sie ihren absoluten Anspruch auf Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentfaltung und Autonomie. Amelinger und Nachtwey sprechen von einem avantgardistisch aufgeladenen Individualismus. Dieser dient dazu, Gefühle von Abhängigkeit und Verletzlichkeit abzuwehren. Die psychologische Gefühlslage der Corona-Proteste kann durch die trotzige Losung charakterisiert werden. Wir lassen uns unser Lebensgefühl und unseren Lebensstil nicht von den Herrschenden vorschreiben. Oder, um es mit einem Slogan aus dem subkulturellen Teil der 68er-Bewegung zu sagen, wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Eine solche Einstellung kann mit Erik Eriksson als Identifikation mit der negativen Identität bezeichnet werden. Sie ist bei allen Gruppierungen zu beobachten, die sich von der dominierenden gesellschaftlichen oder kulturellen Moral entfernen und sich dafür von der Mehrheit ausgegrenzt und verachtet fühlen. In einer Art von Notwehr identifizieren sie sich mit der negativen Identität, die die Mehrheit ihnen zuschreibt. Es ist ein trotziges Verharren in der Gegenidentifikation zum sozial Erwünschten. Diese Form der Gegenwehr imponiert zwar durch ihren trotzigen Individualismus und die demonstrative Inszenierung der eigenen Souveränität, trägt den Beteiligten jedoch das Problem ein, dass sie in der ihnen teils Aufgenötigten, teils freiwillig angenommenen Identität, gefangen bleiben und deren Begrenzungen nicht überwinden können. Das zweite Foto zeigt einen Demonstranten, der sich mit einer mittelalterlichen Schnabelmaske, einer sogenannten Pestmaske, verkleidet hat. Am Revers trägt er einen Judenstern, auf dem steht gesund. Es ist eine groteske Kombination unterschiedlichster Versatzstücke, die bei mir verschiedene Assoziationen und unangenehme Gefühle auslösen. Die Gesamterscheinung induziert bei mir ein Gefühl der Unheimlichkeit. Die Pest als Geisel der Menschheit wird verknüpft mit den Gasmasken aus dem Ersten Weltkrieg und dem Holocaust. Das Wort Jude wird in banalisierender Weise verfremdet zum Wort gesund. Es ist ein, was das Wort Jesu enthält und im Berliner Dialekt das Wort gesund. Es ist ein Spiel mit absurden Assoziationen, ein Kalauern, ein Blödeln, also ein psychischer Vorgang, den der Schriftsteller Dieter Wellershoff als gewollten Niveauverlust gekennzeichnet hat. Wellershoff fasst das Blödeln als ein kommunikatives Spiel auf, das auf eine fortschreitende Chaotisierung der Realität drängt und sich dabei jeder Kontrolle durch verinnerlichte Normen der Vernunft oder des Geschmacks zu entziehen sucht. Angesichts der behandelnden Themen bleibt einem das Lachen, das solche regressiven Blüteleien normalerweise auslösen, jedoch im Halse stecken. Was will der Protagonist der Welt sagen? Was will er ausdrücken? Ich fühle mich abgeschossen und schockiert. Ich vermute, das ist das Ziel der Maskerade. Wer zuschaut, soll schockiert werden. Das Motto könnte lauten, nicht ich fürchte mich vor dem lächerlichen Virus, sondern ihr sollt euch vor mir, vor meiner Erscheinung und vor dem Bösen fürchten, mit dem ich euch konfrontiere. Das Böse, das Unheimliche, das Existenzvernichtende an sich tritt unter dieser Maske auf die Bühne. Der Abwehrmechanismus ist die Verkehrung der passiv erlittenen Angst in die aktive Ängstigung des Anderen. Wollte man einen kreativen Anteil in diesem Mummenschan sehen, könnte man sagen, dass hier jemand spielerisch die Rolle des Bösen, der existenziellen Bedrohung einnimmt, um den gesellschaftlich Mächtigen und den vermeintlich Angepassten einen Spiegel vorzuhalten, nach dem Motto, solche existenziellen Ängste jagt ihr uns ständig ein mit eurer technisch-wissenschaftlichen Beherrschung der Welt, euren Kriegsspielen und eurer Zerstörung unserer Freiheitsrechte. Diesen lächerlichen Grippevirus nehmt ihr doch nur zum Vorwand, um uns eurer pandemischen Herrschaft, von der der Philosoph Giorgio Agamben spricht, zu unterwerfen. Der entscheidende Unterschied zwischen dem jugendlichen Blödeln und dem zynischen Spiel hasserfüllter Verschwörungstheoretiker besteht darin, dass die Jugendlichen im Bewusstsein handeln, dass ihr Blödeln ein harmloses und zweckfreies Spiel ist, während sich im Netz das zynische Spiel mit Fake News und Hassbotschaften in bitterbösen Ernst verwandelt, der gezielt und instrumentell eingesetzt wird, um andere zu demütigen und zu verletzten. Das dritte Foto zeigt eine Frau mittleren Alters, die sich in den deutschen Nationalfarben als Engel mit riesigen weißen Flügeln verkleidet hat. Auf den Flügeln sind Zettel befestigt, auf denen links Kinderschutzengel und rechts schützt die Kinder steht. Man kann vermuten, dass sie sich als dieser Schutzengel für die Kinder versteht. Auf dem Kopf hat sie eine Art Krone mit der Aufschrift Lügenpresse. Außerdem hält sie zwei Schilder in die Luft, in denen es vor allem um das Thema Pädophilie geht. Präsentiert wird eine obskure Mischung aus moralisch verwerflichen Handlungen, Halbwahrheiten und frei erfundenen Unwahrheiten. Das Ganze bildet ein kaum zu entwirrendes Gesamtkunstwerk. Die Protagonistin scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Unklar bleibt, was die angesprochenen Themen mit der Corona-Thematik zu tun haben. Die Corona-Krise und speziell eine solche Kundgebung, Zitat Nachtwey, scheint eine gute Möglichkeit zu sein, einmal zu sagen, dass man eigentlich gegen alles ist, gegen die Reichen und Mächtigen, gegen die Wissenschaft, die Schulmedizin, die Justiz und die Polizei, aber auch gegen die Antifa und gegen Pädophilie. Zitat Ende. Die Selbstinszenierung als Opfer ist ein zentraler psychosozialer Abwehrmechanismus, der eine komplexe Funktion hat. Er bietet die Chance, sie selbst in einem ehrenvollen Akt der Selbstaufopferung zu inszenieren und sich in diesem Zuge von der profanen Restgesellschaft, der angepassten Schlafschafe, als etwas Besonderes abzuheben. Zugleich ist es ein Vorwurf an die Gegenseite, die einen zum Opfer gemacht hat. Die Spaltung in nur gute und nur böse Objekte wird unterstützt. Noch komfortabler wird die Rolle des Opfers, wenn man sich zur Rolle des Schutzengels für jedwede Opfer von Gewalt, Unterdrückung und Ungerechtigkeit emporschwingen kann, wie es die Querdenkerin im Engelskostüm offenbar versucht. Während die Politik versucht, Schutzregeln durchzusetzen, sieht sie sich als Schutzengel, der über solch profanen Dingen wie Mund-Nasen-Schutz schwebt. So wie viele Gläubige religiöser Sekten die Corona-Schutzregeln missachten, lassen sich auch die Querdenken-Bewegung und ihr Umfeld von einem ad hoc erfundenen, neu erfundenen Aberglauben verführen, der darin besteht, die Gefahr des Coronavirus zu leugnen und stattdessen die Idee von einer Weltverschwörung zu konstruieren. Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Aber ich will noch der Frage nachgehen, was die Psychoanalyse zu einem Menschenbild beisteuern kann, das uns helfen könnte, die gegenwärtigen Krisen zu bestehen. Dazu wende ich mich dem Begriff der Vulnerabilität zu, der in der Corona-Krise so oft beschworen wurde. Der Begriff Vulnerabilität kommt aus dem Lateinischen. Vulnus heißt Wunde. Vulnare meint Verwunden. Vulnerabilität bedeutet also Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. In die Psychoanalyse hat der Begriff noch keinen Eingang gefunden. Allerdings wird der Sachverhalt der seelischen Verletzungen dort mit einem anderen Begriff thematisiert, nämlich dem des Traumas. Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt ebenfalls Wunde, bezeichnet also genau den gleichen Sachverhalt. Da ist ein Buch nicht gut abgebildet. Ausgerechnet nach einem Psychosozialbuch. Doch was sind die Unterschiede? Ein Trauma ist ein schockartiges, außergewöhnliches Ereignis, das die psychischen Verarbeitungskapazitäten überschreitet. Traumata sind eher seltene Ereignisse. Vulnerabilität bezeichnet hingegen einen länger andauernden Zustand der erhöhten Irritierbarkeit, Gefährdung, Durchlässigkeit, Empfindlichkeit, Empfindsamkeit und Sensibilität, der das Risiko erhöht, tatsächlich ein Trauma zu erleiden. Der Begriff Trauma benennt eine Verletzung, die bereits stattgefunden hat. Vulnerabilität benennt hingegen die potenzielle Möglichkeit, verletzt oder traumatisiert zu werden. Trauma bezeichnet einen negativ bewerteten Sachverhalt, denn Traumata führen regelmäßig zu psychischen Krankheiten oder Störungen. Vulnerabilität thematisiert hingegen Sachverhalte, die bewertungsoffen sind. Sie enthalten sowohl Risiken als auch Chancen. Alles Leben, ob pflanzliches, tierisches oder menschliches, ist verletzlich. Jede menschliche und tierische Zelle wird von einer Zellmembran umschlossen, die in beider Richtungen selektiv durchlässig ist. Durchlässigkeit, Fragilität und damit Verletzlichkeit sind Grundeigenschaften des Lebens. Vulnerabilität gehört zu den basalen Facts of Life. Meine These ist, dass die Vulnerabilität des Menschen besonders ausgeprägt ist. Sie bezieht sich auf den Körper, die Psyche, die sozialen Beziehungen und die kulturellen Werke und gesellschaftlichen Organisationsformen. Die Vulnerabilität des Körpers manifestiert sich insbesondere in der Frühgeburtlichkeit und der nackten Haut des Menschen. Freud hat bereits 1926 in Hemmung, Symptom und Angst die extreme Hilflosigkeit des Menschen als Folge seiner Frühgeburtlichkeit ausdrücklich benannt. Der biologische Faktor ist die lang hingezogene Hilflosigkeit und Abhängigkeit des kleinen Menschenkindes. Die Intrauterinexistenz des Menschen erscheint gegen die meisten Tiere relativ verkürzt. Es wird unfertiger als diese in die Welt geschickt. Dadurch wird der Einfluss der realen Außenwelt verstärkt. Zitat Ende. Diese erhöhte Verletzlichkeit, Schutz und Hilfsbedürftigkeit hat weitreichende Folgen für die psychosoziale Entwicklung des Menschen. Die hohe Lernfähigkeit der Psyche, die Plastizität des Gehirns und die Anpassungsfähigkeit an historisch sich verändernde Umstände sind die Voraussetzungen für die Entwicklung der typisch menschlichen kulturellen Leistungen. Lucien Freud, der Enkel von Sigmund Freud, hat in seinem künstlerischen Werk die Verwundbarkeit der nackten menschlichen Haut und damit die existenzielle Vulnerabilität des Menschen eindrucksvoll dargestellt. Während die meisten Tiere durch Fell, Schuppen, Hornpanzer oder ein Federkleid vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt sind, ist die enorm empfindliche menschliche Haut äußeren Einflüssen fast schutzlos ausgeliefert. Diesen enormen Nachteilen in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Natur müssen weit größere evolutionäre Vorteile gegenüberstehen. Der evolutionäre Vorteil des unbehaarten Gesichts liegt auf der Hand, erhebt den kommunikativen Austausch mit Artgenossen auf ein weitaus höheres Niveau. Doch welchen Vorteil bildet der fast gänzlich unbehaarte Körper des Menschen? Aus psychologischer Sicht stellt die nackte, weiche, empfindliche, empfindsame und reizsensible Haut des Menschen ein Organ dar, das den kommunikativen, emotionalen und sinnlichen Austausch mit den Mitmenschen exponentiell steigert. Die Sensitivität der Haut hat die evolutionäre Funktion, den zärtlichen und den lustvollen Körper- und Hautkontakt enorm zu intensivieren. Neurobiologisch formuliert, stimuliert der intensivere Hautkontakt die Entwicklung der neuronalen Struktur und des Gehirns. Zudem führt die Sensibilität der nackten Haut, dass die sexuellen Lustempfindungen von den Genitalien auf das größte Organ des Menschen die Haut erweitert und potenziert werden. Die Sexualität wird gleichsam verflüssigt, dringt in alle Poren des psychischen und sozialen Lebens ein, umfließt und beeinflusst alle Lebensäußerungen. Sexualität ist im menschlichen Leben omnipräsent. Der ungeheure Energieüberschuss, der Zuwachs an Lust- und Erlebnisqualitäten, der mit der spezifisch menschlichen Sexualität einhergeht, eröffnet einen schier unbegrenzten Erfahrungs- und Erlebnisraum, enthält jedoch auch das Risiko der Überforderung, des Scheiterns und damit der Verletzlichkeit. Die entwicklungspsychologischen Grundlagen für die Herausbildung des menschlichen Selbst und die Fähigkeit zur Selbstreflexion wurden durch die Bindungs- und Säuglingsforschung herausgearbeitet. Der Akt der Selbstdistanzierung ist kein rein kognitiver Vorgang. Vielmehr sind in seinem Vollzug, wie wir schon gesehen haben, kognitive und emotionale Prozesse miteinander verwoben. Im Gefühl der Scham blickt das Selbst mit den Augen von anderen auf sich selbst. Im Gefühl der Schuld blickt das eigene Gewissen auf das Selbst und macht ihm Vorwürfe. Im Stolz blickt das narzisstische Größenselbst auf das Selbst und zollt ihm Bewunderung. Doch mit dem Selbstbewusstsein, der Selbstreflexion und der Selbstregulation kommt nicht nur ein positiver Selbstbezug, sondern auch ein selbstkritischer, ein negativer Selbstbezug in die Welt. Selbstzweifel, Selbstbestrafung, Selbsttäuschung, Selbstüberhöhung, Selbsthass, Selbstverletzung und Selbstmord werden zu Möglichkeiten, sich zum eigenen Selbst zu verhalten. Das Sich-seiner-Selbst-Bewusstsein eröffnet also auch ein ganzes Spektrum an Vulnerabilitäten, zu denen auch das Wissen um die eigene Sterblichkeit gehört. Hinzu kommt, dass die Selbststeuerung die Freiheit des Willens und der eigenen Entscheidung ermöglicht. Jedoch kann diese auch einer zum Bösen, zur Destruktion und zur Selbstdestruktion sein. Der französische Philosoph Marc Creprin sieht im Bewusstsein der Vulnerabilität eine, Zitat, unabwendbare Dimension des ganzen menschlichen Lebens, das alle Menschen über kulturelle und religiöse Differenzen hinweg verbindet und ein Gefühl der Weltzugehörigkeit hervorbringt. Zitat Ende Die weltweite Corona-Pandemie, die Klimakatastrophe und die menschlichen Tragödien, deren Zeugen wir gerade in der Ukraine sind, bringen auf unterschiedliche Weise die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz zum Bewusstsein. Ein Bild des Menschen, das seine existenzielle Verletzlichkeit in den Mittelpunkt stellt, entwirft ein Gegenmodell zu starke Kult, Gewalt und Allmachtsfantasien, wie sie aktuell von Putin in Szene gesetzt werden. Die beiden Moskauer Künstlerinnen, die sich im Juni dieses Jahres vor das russische Außenministerium stellten und das Foto »Wir können das Blut nicht abwaschen« in den sozialen Netzwerken posteten, provozierten allein dadurch, dass sie sich in ihrer existenziellen Verletzlichkeit zeigen. Beide wurden verhaftet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.